Jackup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslande und Rehaklinik. Ich möchte Sie vorwarnen, die heutige Sendung stösst garantiert sauer auf. Das Thema ist nämlich Reflux. Grüezi und herzlich willkommen, Sie schauen Jackup. Wenn Ihnen ein Reflux nichts sagt, dann sagt Ihnen die andere Bezeichnung garantiert etwas, nämlich Sodbrennen. Es ist ein brennender, stechender Schmerz, der im Magen anfängt und bis in den Hals hochgehen kann. In das Bett gehen, abschalten und loslassen, das ist für Josef Stirnemann unmöglich. Einschlafen ist für den Rentner die reinste Qual. Seinen Magen gibt und gibt keine Ruhe. Speziell im Bett ist der Reflux, also der Aufstoss oder die Sodbrennen, ist ganz extrem geworden im Übergang vom Wach- zum Schlafzustand. Und zwar hat sich dann der Magenmuskel wie geöffnet und Magensäure hat es nach oben gedrückt. Und das war eigentlich so schlimm, dass es bis in die Lunge, also die Magensäure bis in die Lunge gedrückt hat. Weit über ein Jahrzehnt geht das so. Dank Tabletten werden die Beschwerden zwar erträglicher, aber das Grundproblem bleibt. Saueren Aufstossen hört einfach nicht auf. Der Gastro-Mediziner Stefan Seewald nennt zwei Hauptgründe, die dafür geschuldet sind. Eine Ursache für häufiges Sodbrennen ist, dass der untere Speisenröhrenmuskel nicht vollständig schliesst und es so zu einem Rückfluss von Magensäure in den unteren Bereich der Speiseröhre kommt. Eine zweite Ursache ist, dass die Magensäureproduktion verstärkt ist und das ist teilweise bedingt durch zu fettreiche Mahlzeiten. Jahrelanges chronisches Sodbrennen muss man ernst nehmen. Denn Speiseröhre verträgt die aggressiven Magensäure nicht gut. In regelmässigen Abständen lässt sich der Josef Stirnemann darum den Magen spiegeln lassen. Wenn Patienten unter dauerhaftem Reflux leiden, bildet der Körper ein Schutzmechanismus. Er bildet eine neue Schleimhaut im Bereich der unteren Speiseröhre, die resistent ist gegen die Säure. Diese Schleimhaut wird Beretschleimhaut genannt. Das Problem bei dieser Beretschleimhaut ist, sie ist zwar resistent gegen die Säure, aber 10% der Patienten mit einer Beretschleimhaut entwickeln im Verlauf ihres Lebens Speiseröhrenkrebs. Genau das ist beim Josef Stirnemann passiert. Der Ärzt findet bei ihm zwar keinen Tumor im klassischen Sinn, aber eine bösartige Gewerbsveränderung, sprich frühe Krebs. Für den 65-jährigen Rentner ist das zuerst ein Schock. Er versucht, sein Leben bildlich darzustellen. Dafür nimmt er einen Massstab und übermalt die Jahre, die hinter ihm liegen, mit schwarzer Farbe. Dann lässt er 20 cm, also 20 Jahre, frei. So lange will er trotz allem noch ein gutes Leben haben. Eigentlich hat für mich dort eine ganz neue Welt angefangen, wo ich dachte, jetzt machst du es möglichst, weil du es noch ein bisschen schön hast. Das Leben ist ja nicht gerade fertig und es gibt sicher Ärzte, die das behandeln können. Und ich habe eigentlich ganz eine ganz positive Haltung dazu eingenommen. Sein Optimismus ist begründet. Dann ist der Krebs noch im Frühstadium, kann er dank einer hochmodernen Methoden entfernt werden. Dazu wird ein Endoskop in die Speiseröhre geführt. Mit dem wird die Krebshaltung Schleimhaut angezogen und durch das Gummiband fixiert. Daraufhin wird das krebshaltige Material mit einer Schlinge, die unter Strom gesetzt wird, rausgeschnitten. So sieht das in der Praxis aus. Dank hochauflösenden Aufnahmen erkennt man eindrücklich, wie der Tumor mit der Stromschlinge rausgeschnitten wird. In einem zweiten Schritt wird dann noch die krebsanfällige Beere der Schleimhaut wegbrennt. Dazu wird ein Ballon eingesetzt, der mit Strom die entsprechenden Stellen in den Speiseröhren verödet. Dort wächst dann wieder gesunde, natürliche Schleimhaut nah. Es liegen jetzt neuerdings schon Daten über einen Nachbeobachtungszeitraum von 5 bis 10 Jahren vor. Und die zeigen doch deutlich, dass die Heilungschancen über 95 Prozent betragen. Der Eingriff ist aber nur dann möglich, wenn der Krebs die Speiseröhre noch nicht entscheidend beschädigt hat. Ist der Tumor bereits zu fortgeschritten, ist es für eine Endoskopie nämlich zu spät. Alternative wäre nur die offene Operation, wo die Speiseröhre herausgeschnitten wird. Es gibt unterschiedliche Operationstechniken. Eine Möglichkeit wäre dann, dass die Speiseröhre durch ein Stück Darm ersetzt wird. Leiden Sie selber unter Sodbrennen, helfen primär folgende Massnahmen. Heben Sie Ihrem Körper Sorge, verzichten Sie auf fettiges Essen, Alkohol und Zigaretten. Bringen Sie Ihres Sodbrennen nicht weg, wird empfohlen, spätestens ab 40 eine Magenspiegelung zu machen. Josef Stirnemann muss nach seinem Eingriff vor zwei Jahren noch regelmässig in die Kontrolle. Bis jetzt sind alle Resultate positiv. Der heute 67-Jährige pensionär ist gesund, trinkt sogar wieder ein Glas Wein. Ich bin sehr erleichtert, ja. Sie sehen, ich bin glücklich und zufrieden. Auch wenn der Eingriff in den Speiseröhren erfolgreich war, ein Problem bleibt immer, nämlich die Schwäche des Schliessmuskels der Speiseröhre. Darum müssen die Leute, die Sodbrennen haben, immer und jeden Tag Medikamente nehmen. Das war es vom Check-Up. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Check-Up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslande und Rehaklinik.